großartige musikerin mtv music award best swiss act sehr schön dass du da bist normalerweise würde ich die hand reichen geht jetzt nicht aber gerne vielen herzlichen dank loredana du hast was besonderes mitgebracht ich habe eine tochter die wird jetzt am 18 glaube ich zwei ich habe mit meinem team eigentlich überlegt was können wir machen ich glaube 2000 euro wäre zu wenig von mir weil ich verdiene ein bisschen mehr wir haben mit two sides zusammen gesagt wir spenden 100.000 euro ich glaube ich glaube das liegt daran dass ich selber eine Tochter habe ich meine ich habe mit gesehen wie sie laufen kann sie sie lacht sie spricht spricht sehr gut deutsch auch mittlerweile weil ich bin ja eigentlich aus albanien sehr witzig für mich ist es sehr wichtig dass die anderen mütter das auch können dass sie auch dieses glück haben dass sie die kinder laufen sehen können und sprechen was für eine große geste und loredana von deinem team eine außergewöhnliche künstlerin mit einer nicht nur prima sondern herausragende idee danke dafür danke dass du heute abend hier bist und am telefon bleibst schön dich zu sehen wow was für ein betrag unglaublich